Drei Apps zum Online-Geldverdienen. Herzlich willkommen zum neuen Video. Wir alle kennen es natürlich, wir haben Apps auf dem Handy und bei den meisten Apps ist es so, wenn man mal ehrlich ist, dass es eigentlich nur Zeitverschwendung ist, zum Beispiel irgendwo auf Instagram irgendwelche komischen Beiträge angucken und so weiter und so fort. In diesem Video gibt es allerdings einmal drei wirklich sinnvolle Apps, mit denen ihr auch nebenbei ein bisschen Geld verdienen könnt. Mein Name ist Leon Kramann und auf diesem Kanal bekommt ihr immer die neuesten und besten Methoden im Bereich Online-Geldverdienen. Wenn dich dieses Thema interessiert, kannst du gerne den Kanal komplett kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren, dann bist du immer auf dem neuesten Stand und verpasst keine weiteren Videos mehr. Ich lade hier jeden Tag neue Videos in dem Bereich hoch. Und heute habe ich mal wieder drei neue Apps zum Online-Geldverdienen rausgesucht für euch. Und ja, das ganze Thema Geldverdienen mit Apps ist natürlich so eine Sache. Klar, man verdient damit eher kleinere Beträge, das heißt zum Beispiel 5 oder 10 Euro pro Tag. Allerdings summieren sich diese kleinen Beträge natürlich auch auf. Ich gebe mal kurz eine Beispielrechnung. Das heißt, selbst wenn man nur 10 Euro pro Tag verdient, sind das schon mal 30 logischerweise in einem Monat, schon 300 Euro pro Monat und das einfach nur durch Apps. Und ich persönlich beschäftige mich jetzt schon ein bisschen länger mit dem Thema Geldverdienen mit Apps und ich habe teilweise einzelne Apps dabei, mit denen ich 300, 400 Euro pro Monat verdiene. Und dann lohnt sich das, vor allem wenn man noch mehrere Apps hat, irgendwann schon. Und vor allem wenn man sich das mal hochrechnet aufs Jahr, 300 mal 12, dann hätte man hier einfach schon 3600 Euro im Jahr einfach nur durch Apps. Und das sind einfach mal zwei neue Handys pro Jahr. Und das ist einfach nur genial. Noch ein ganz wichtiger Hinweis, dieses Video enthält auch keine bezahlte Währung. Das heißt, ich wurde jetzt nicht von den App-Herstellern bezahlt, dass ich das sage, dass die Apps so toll sind, sondern ich habe sie mir selbst persönlich rausgesucht. Link zu den Apps findet ihr natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Alle Apps sind komplett kostenlos. Und ihr könnt euch sie ganz einfach mit dem Link in der Beschreibung sofort downloaden. Dann würde ich mal sagen, fangen wir direkt an mit App Nummer 1. So und zwar, die erste App für dieses Video ist Polpay, Geld verdienen mit Online-Umfragen. Und ich habe euch natürlich den Link zu dieser App in die Videobeschreibung gepackt, beziehungsweise sogar zwei Links. Ein Link für die Android-Version, dann kommt ihr hier auf diese Seite hier. Das ist die ganz normale Android-Version. Und natürlich die Apple-Version für iOS, für den App Store. Dann kommt ihr hier auf diese Seite und könnt ihr euch die App auch komplett kostenlos downloaden. Und ganz wichtig, diese App hier ist auch tatsächlich ab 0 Jahren freigegeben. Also jeder kann hiermit wirklich Geld verdienen. Und hier haben wir beispielsweise Umfragen, die wir eben ausfüllen können. Das heißt, man muss einfach seine Meinung sagen und wird dafür bezahlt. Hier beispielsweise sieht man schon plus 1,87 Euro in gerade einmal einer Minute. Natürlich ist es nicht bei jeder Umfrage so. Es gibt auch Umfragen, bei denen bekommt man ein bisschen weniger. Aber hier 1,87 Euro pro Minute zu verdienen ist natürlich schon super. Und ja, wie das Ganze jetzt funktioniert, das zeige ich euch direkt am Handy. So, und zwar, ihr könnt euch natürlich die App komplett kostenlos downloaden. Mit dem Link in der Beschreibung kommt ihr dann hier, wenn ihr euch das erste Mal PolPay anmeldet, auf diese Seite. Willkommen bei PolPay. Dann könnt ihr hier nochmal das Ganze im Überblick sehen, wie das Ganze funktioniert. Wir haben hier auch eine ganz normale Auszahlung über PayPal oder als Amazon-Gutschein oder vielleicht sogar als Spotify-Guthaben. Dann können wir hier das Ganze einmal überspringen. Und ja, jetzt können wir uns hier ganz normal anmelden. Ich habe hier natürlich auch wieder ein Bonus-Guthaben für euch. Das heißt, ihr könnt dann hier raufgehen, Einladungscode eingeben. Dann gebt ihr hier den Code ein. Den werde ich euch hier einblenden. Dann könnt ihr auch direkt schon mit einem kostenlosen Bonus-Guthaben starten. So, das heißt, hier gebt ihr dann den Code 54588RMUV2 ein. Alle Buchstaben großgeschrieben. Und dann hier auf Senden klicken. Hier könnt ihr euch dann ganz einfach mit eurem Google-Account, Facebook-Account oder Twitter-Account anmelden. Und dann hier komplett kostenlos euren Account erstellen. So, und dann habt ihr schon euren Account. Ihr solltet dann auch schon ein Bonus-Guthaben eben durch meinen Code bekommen haben. Schreibt mal in die Kommentare rein, ob das Ganze bei euch geklappt hat. Dann könnt die anderen Leute, die das Video hier später sehen, auch schon mal sehen, dass das Ganze mit dem Bonus-Guthaben wirklich klappt. Und dann könnt ihr eben durch die Aufgaben, durch die Umfragen bis zu 1,87 Euro pro Minute verdienen. Und jetzt geht es weiter mit der nächsten App. So, dann geht es weiter mit der nächsten App. Die ist auch sehr, sehr gut und zwar die Cash-App. Links zu der App findet ihr natürlich auch in der Videobeschreibung. Die App ist auch komplett kostenlos. Die App hier hat über 5 Millionen Downloads allein im Play Store und eine sehr gute Bewertung von 4,7 von 5 möglichen Sternen bei fast 1 Million Leuten, die diese App hier bewertet haben. Also die ist auch seriös und funktioniert auch sehr gut. Funktioniert übrigens auch in Österreich und der Schweiz, weil ich dazu immer ein paar Kommentare auch bekomme. Das heißt, hier könnt ihr auch wieder mit Fragen beantworten, Geld verliehen. Auch wirklich echtes Geld hier aufs Paypal-Konto. Das ist übrigens hier bei allen Apps so, die ich in diesem Video vorstelle. Ihr bekommt immer echtes Geld. Ihr könnt hier Umfragen beantworten. Ihr könnt hier sogar auch Spiele spielen und dafür bezahlt werden. Ja, und wie das Ganze abläuft, das zeige ich euch jetzt in der App selbst. Ganz wichtig, mit dem Link in der Beschreibung kommt ihr auch direkt zum Store. Da könnt ihr euch die App downloaden. Da bekommt ihr über den Link in der Beschreibung sogar noch ein Bonus-Guthaben von 555 Punkten. Einfach mal geschenkt. So, und hier sind wir jetzt auch in der Cash-App drin. Hier kann man, wie gesagt, Spiele spielen oder auch Fragen beantworten. Ich bin jetzt mal auf so eine Frage raufgegangen, dass ich das eben mal einen kleinen Überblick habe, wie das hier abläuft. Hier haben sie eine klare Markenpräferenz, wenn es um Mobiltelefone geht. Ja, habe ich. Dann geht es weiter hier. Ja, habe ich auch. Also, ob man Markenpräferenz bedeutet einfach, ob man eine bestimmte Marke bevorzugt. Zum Beispiel hier Apple oder zum Beispiel Samsung bei Handys oder bei Autos, ob man ein bestimmtes Auto fahren möchte oder ob es einem im Prinzip egal ist, welches Auto man fährt. Ja, bei Autos habe ich auch eine Markenpräferenz. Dann geht es weiter. Oder um Mitfahrgelegenheiten, nö, das ist mir eigentlich egal, solange ich dann zum Ziel komme. Und ja, das war es auch schon. Ich habe gerade wieder Geld verdient und das wirklich extrem schnell. Hier unten sehen wir auch immer, wie lange die Sachen dauern, beziehungsweise wie, ob das Ganze einfacher ist oder schwieriger. Hier seht ihr die ganzen Umfragen, zum Beispiel Videospiele, Umfragen zum sozialen Umfeld, zum Thema Schlaf. Und hier könnt ihr das Ganze dann eben ausfüllen. Ihr könnt euch auch hier zum Beispiel ein Spiel runterladen und dann einfach hier Punkte bekommen und ja, damit dann sehr gut Geld verdienen. So, und kommen wir jetzt zur letzten App und zwar Live Points. Hatte ich ja auch schon mal in einem anderen Video mal erwähnt. Hiermit könnt ihr auch nebenbei sehr gut Geld verdienen und zwar einen Amazon-Gutschein oder sogar Paypal-Guthaben oder ihr könnt hiermit sogar soziale Projekte unterstützen. Link dazu natürlich auch in der Videobeschreibung. Übrigens, gebt mal gerne einen Daumen hoch, wenn ihr Live Points noch damals von Yu-Gi-Oh! kennt. Das ist so eine Serie oder ein Kartenspiel. Gebt mal einen Daumen hoch oder schreibt mal in die Kommentare, ob ihr die Serie noch kennt. Aber jetzt geht es erstmal weiter und zwar, was ist das Ganze hier? Hier könnt ihr eben auch wieder durch Spiele und wieder auch durch Umfragen, also ihr seht, im Prinzip sind die Apps alle ziemlich ähnlich. Nur es ist natürlich so, wenn ihr zum Beispiel bei der einen App keine Umfragen mehr habt, könnt ihr in die andere App gehen. Wenn ihr bei der einen App keine Spiele mehr habt, könnt ihr in die andere App gehen. Und hier könnt ihr auch wieder kleine Spiele spielen und an Umfragen teilnehmen und dadurch eben Geld verdienen. Hier bekommt ihr natürlich auch wieder ein Bonus-Guthaben mit dem Link in der Beschreibung. Und zwar dann kommt ihr direkt auf diese Seite. Hier kann man sich komplett kostenlos anmelden mit Name, Nachname, E-Mail-Adresse. Dann auf Weiter klicken und alle weiteren Angaben ausfüllen. Das brauche ich euch ja jetzt nicht alles erklären. Das ist, denke ich mal, selbsterklärend. Erklärend, dann bekommt ihr eine Bestätigung, E-Mail zugesendet. Da müsst ihr einmal raufklicken und dann bekommt ihr euren Bonus von 10 Punkten einfach mal geschenkt. Ja, das waren die drei Apps für dieses Video. Und ich werde euch natürlich hier auf dem Laufenden halten. Das heißt, ich werde dann zum Beispiel in ein paar Wochen oder Monaten mal berichten, wie viel ich zwischenzeitlich mit diesen Apps dann verdient habe. Das ist mit Sicherheit auch für euch interessant, deswegen auf jeden Fall abonnieren, damit ihr das Ganze nicht verpasst. Und schreibt auch gerne in die Kommentare, falls ihr noch weitere Apps oder Webseiten zum Online-Geldverdienen kennt, zu denen ich mal ein Video machen soll. Und jetzt werde ich euch hier noch eine komplette Playlist mit über 160 Videos im Bereich Online-Geldverdienen einblenden. Klickt da gerne rauf, da werden noch sehr spannende Methoden für euch dabei sein. Das verspreche ich euch. Ja, dann sehen wir uns gleich im nächsten Video wieder. Bleibt gesund und bis dann!